Und weiter geht es mit der zweiten Folge im Schönbau-Let's Play. Wir haben in der letzten Folge gestartet mit der Verbindung Schaffhausen-Karlsruhe, wo auch schon die ersten Züge unterwegs sind. Und jetzt machen wir uns an die erste etwas längere Linie von Schaffhausen rüber nach München. Und dafür schnappen wir uns dann hier eins der Gleise. Vielleicht lassen wir das noch frei für Verbindungen Richtung Frankfurt oder Stuttgart. Vielleicht können wir uns das Äußerste schnappen, weil weiter südlich liegt nichts mehr. Da geht es nur nach München. Und dann werden wir uns jetzt hier so geradlinig wie möglich dahin bringen. Aber wir gehen hier erst noch an dieser Fabrik vorbei und dann schnappen wir uns da den Weg. Und eigentlich schön geradeaus hier. Ist uns nichts im Weg. Wir gehen hier schön am Hügel entlang. Hier schnappen wir uns jetzt ein bisschen was von der Erhöhung. Da sollten wir vielleicht minimal abdrehen. Ja, wir sind hier schon den Hügel rauf anscheinend. Und dann bauen wir das Stück nochmal neu. Ein bisschen kürzer. Vielleicht hier bis vor der Straße. Und dann müssen wir die Straße natürlich neu machen. Sonst lässt er es uns nicht. So, wenn ich bauen dürfte. Danke. Nicht wundern, das ist absichtlich die falsche Straße in Anführungszeichen. Das ist die etwas größere. Und dann geht es weiter. Wenig, wo wir hier ausweichen müssten. Also eine ziemlich gerade Strecke. Und dann kümmern wir uns jetzt erst einmal darum, wo wir das hier in München alles anschließen. Sprich, das Wichtigste, wo kommt der Hauptbahnhof hin? Ich hätte ja schon gerne hier. Da müssen wir ein bisschen abreißen dann. Aber ich denke, das sollte möglich sein. Vor allem, weil sich dann die Stadt wahrscheinlich auch hier über den Fluss entwickeln wird. Wenn wir den Bahnhof da hinsetzen, entwickelt sich die Stadt mehr in die Richtung. Aber ich würde den Fluss gerne mit in die Stadt integrieren. Und deswegen reißen wir hier mal ein wenig ab. Auch hier hinten, weil wir natürlich wieder einen großen Bahnhof benutzen. So. Und dann fünf Gleise. Schauen wir mal. Wir gehen einmal nach Schaffhausen, einmal nach Stuttgart, einmal nach Frankfurt, einmal nach Nürnberg. Einmal nach Leipzig. Das sind schon fünf Gleise. Falls jede Linie ein eigenes Gleis bekommt. Und aber ich würde sagen, hier können wir uns wirklich mal einen größeren gönnen. Versuchen wir es mal mit sieben. Und setzen den dann dahin. So nah wie möglich. Erst einmal, dass hier die Straße nicht zu weit weg ist von den Gleisen dann. Und dann schauen wir dann später mal. Den werden wir natürlich ersetzen in Zukunft. Vor allem habe ich da den... Oh, wenn ich jetzt wüsste, wie er heißt. Also den Bahnhof, der bei uns in dem ersten Let's Play in Auwies steht, den würde ich gerne hier unterbringen. Mir fällt der Name wirklich nicht ein. Aber wirklich ein sehr schöner, sehr, sehr schöner Bahnhof. Der es verdient hat, dann auch hier untergebracht zu werden. So, Brücken bauen über Wasser ist in dem letzten Patch auch deutlich einfacher geworden. Davon profitieren wir jetzt sofort einmal. Und dann schauen wir mal. Also wir gehen hier relativ gerade dann raus über den Fluss. Schneiden die Straße und dann verbinden wir uns schon. Das ist also eigentlich okay, soweit. Verbinden wir uns einfach direkt mal. Und dann überlegen wir uns, auf welcher Seite wir das zweite Gleis setzen. Wenn wir direkt hier ausfädeln, würde ich sagen, lohnt es sich, das Gleis auf die Innenseite zu setzen. Vor allem, weil es außen nicht mehr hinpasst. Da ist der Fluss. Und ich hätte eigentlich gedacht, ich hätte hier auf Steinbrücke umgesetzt. Aber egal. Holz ist auch okay. Und auf der Seite, ja, dann haben wir hier das Gütergleis. Ich würde sagen, wir fädeln dann eh ein bisschen später aus. Beziehungsweise machen wir es erst einmal so. Und dann ziehen wir das jetzt ganz durch. Wir machen es direkt zweigleisig. Können natürlich erst einmal Ausweichstellen hier hinbauen. Natürlich, keine Frage, wäre das möglich. Aber ich ziehe es hier direkt komplett zweigleisig durch. Und die Strecke benutzen wir dann nämlich auch, wenn wir zum Beispiel Richtung Stuttgart fahren wollen. Dann fädeln wir hier irgendwie aus und wiegen dann nach oben ab. Das kriegen wir schon hin. So. Da sind wir gleich da. Und dann würde ich sagen, machen wir es vielleicht erst einmal hinter der Brücke. Also von Schaffhausen aus gesehen vor der Brücke. Dass wir hier eingleisig werden, dann im Bahnhofsbereich und setzen die Signale. Hier auf jeden Fall wichtig, dass wir auf der Strecke Wäsche haben, weil hier haben wir nur Start- und Endbahnhof, nichts dazwischen. Dementsprechend, wir wollen ja nicht nur zwei Züge einsetzen, sondern vielleicht auch den einen oder anderen mehr. Und dann schnappen wir uns hier. Momentan müssen wir das Depot nehmen, weil wir haben da noch keine Weichen. Und machen das Ganze wieder mit der gleichen Zusammenstellung. Ups, nicht so lang. Machen wir vielleicht ein Waggon länger als die Nahverkehrszüge, sonst haben wir da überhaupt keinen Unterschied. Und vier sollten locker reichen. Die Linie müssen wir noch erstellen. Schaffhausen, München, das war's schon. Und schon sind die Züge auch unterwegs. Denn das ist auch neu, dass man jetzt sofort aus der Linienauswahl heraus die Linie neu erstellen kann. Und der Zug diese dann auch direkt annimmt. Sehr gut. Dann sollten wir uns vielleicht kurz mal um die Namen der Bahnhöfe kümmern. Wobei das ist auch etwas, was ich, wenn ihr wollt, gerne offscreen machen kann. Momentan geht's ja noch, aber falls wir später mal eine deutlich höhere Anzahl haben, könnte es etwas langweilig werden, dabei die ganze Zeit zuzugucken, wie ich hier die Bahnhof umbenenne. So, das wird Zentrum. Und vor allem mache ich das immer zweimal. Einmal für das Symbol und einmal für den Bahnhof selbst. Das Symbol ist entscheidend für den Namen. Oh, hier hat sich ein Zug rumgedreht. Das ist mir vorher nicht aufgefallen. Also das Symbol ist entscheidend für den Namen, der in der Linie steht. Und der Bahnhof selbst, ja, der ist halt einfach nochmal mit einem eigenen Namen versehen. Also es ist so ein, ja, nicht vielleicht Bug, aber ich fände es deutlich besser, wenn man einfach dieses Symbol umbenennt, dass dann alle Haltestellen, die da eben eingruppiert wurden, in dieses Symbol automatisch diesen Namen auch bekommen. Das wäre deutlich sinnvoller. Ist aber leider nicht so. Von daher mache ich das alles jetzt per Hand. So, Schaffhausen Ost. Und das wird Nord, beziehungsweise ist es schon. Perfekt. Hier die Züge. Fahren, jawohl. Und hier die Züge müssten auch fahren. Da ist der Erste auf dem Weg zum Hauptbahnhof. Wunderbar. Dann kümmern wir uns ein bisschen um München. Bevor uns da die Stadt zu sehr alles zubaut, werden wir zumindest hier mal am Rand ein Gleis legen. Oh, was ist denn da jetzt das Problem? Eigentlich wurden ja die Kollisionswarnungen gerade an solchen Kanten verbessert. Aber in dem Fall ist es eher schlechter geworden, weil aus irgendeinem Grund hatte ich jetzt die Kollisionswarnung am Bahnhof. Das hatte ich vorher noch nie, ehrlich gesagt. Das ist das erste Mal, dass ich eine Kollisionswarnung am Bahnhof bekomme. So, glätten wir hier mal eben die Ausfahrten, damit wir da in Zukunft voll sicher sind. Aber es scheint jetzt zu funktionieren, nachdem das erste Gleis da angesetzt wurde. Das ist jetzt kein Problem mehr. Okay. Gut, dann machen wir hier komplett ebenerdig eine Ausfahrt. Ebenerdig und gerade. Die Brücke werden wir ein bisschen verschieben. Und auch hier die Straße setzen wir erst einmal weg, weil hier noch ein Bahnhof hinkommt. Und ich den setzen möchte, ohne auf die Straßenrücksicht nehmen zu müssen. Den machen wir dreigleisig aber nur, damit wir an dem dritten Gleis die restlichen Schienen direkt anschließen können. So. Und wir kommen... Ja, wir können es eigentlich direkt verbinden. Wobei ich dann vielleicht lieber eben schaue, dass ich das hier alles auf der gleichen Höhe lasse. Wobei das schon sehr gut aussah. Also hier mit den Schienen ein bisschen geglättet. Und dann setzen wir den Bahnhof da in diese Schienenkuhle. Und dann ist er damit auf der exakten Höhe wie der andere. Sollte er zumindest sein. Und dann verbinden wir das hier. Wie ihr bemerkt habt, bis jetzt bei mir immer Glas 1 und 2 für die S-Bahn. Das muss nicht so bleiben. Das hängt halt auch ein bisschen davon ab. Dann, wenn wir mal den Bahnhof andersherum platzieren müssen, ist das natürlich keine Option mehr. So. Hier eben zwischen den Gleisen den Boden glätten, indem wir auf beiden Seiten einmal das Gleis anschließen. Wunderbar. Wie ihr seht, auch da jetzt eine bauliche Trennung. Ich glaube, die lasse ich auch so. Weil das ja hier die S-Bahn-Gleise sind, die beiden rechten. Die müssen nicht verbunden werden mit den Ferngleisen. Womit sie aber schon verbunden werden müssen, ist mit dem Rest, den wir hier noch anschließen wollen. Und das ist vor allem jetzt hier dann der nächste Bahnhof im Süden von München. Natürlich absolut alles nicht so, wie es in echt ist. Das ist, denke ich, aber selbstverständlich. Hier geht es wirklich nur darum, alles, wie es uns gerade so gegeben ist, möglichst gut anzuschließen. So, hier wollten sich die beiden Gleise nicht verbinden. Irgendwie mag der Bahnhof da nicht. Machen wir das einfach andersrum nochmal. Dann klappt es anscheinend. So. Und machen wir noch einen. Ich denke mal hier etwas weiter weg. Noch einen eingleisigen. Den setzen wir tiefer. Aus dem einfachen Grund, dass wir dann von da nach hier eine Verbindung im Tunnel machen. Das könnte reichen. Vielleicht müssen wir den noch ein bisschen runtersetzen. Jawohl. Das reicht noch nicht für den Tunnel. Gehen wir hier noch ein wenig tiefer mit dem Bahnhof. Und hier habt ihr gerade gesehen, hier hat sich auch ein Bug eingeschlichen. Ich hatte vorher das Gelände runtergesetzt, dann mit dem Bahnhof glättet und dann weiter runtergesetzt. Und dadurch ist etwas anderes hier wieder hochgesprungen irgendwie. Also ein paar Bugs sind immer noch drin. Aber ich glaube nichts weltbewegendes. So, also da quasi ein etwas, man könnte es Tiefbahnhof nennen. Ich würde sagen, den Rest hier machen wir jetzt, indem wir nicht mehr den Bahnhof absenken, sondern hier das Terrain etwas erhöhen. Dadurch könnten wir hoffentlich das Spiel dazu zwingen, einen Tunnel anzufangen. Wenn der Tunnel nämlich einmal angefangen wird, dann können Bereiche, die sonst vom Spiel eigentlich nicht untertunnelt werden, dann doch untertunnelt werden. Soll heißen, hier der Bereich, den wollte er eigentlich gar nicht untertunneln. Nur weil wir jetzt hier den Anfang höher gesetzt haben, will er das auch untertunneln. Hier ist jetzt ein kleiner, kleiner Raum, wo er es nicht tunneln möchte. Aber ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Dann lassen wir das da offen. Sieht ja auch ganz nett aus. Und hier schließen wir die natürlich noch zusammen. Ein Signal. Und da. Und da noch ein Depot. Dann Straßen. Wie immer. Alles schön verbinden. Machen wir das hier vielleicht so. Die S-Bahnhöfe, die werden natürlich später auch ersetzt. Mit den, ich würde mal sagen, wenn wir bis dahin nichts Neues oder Besseres haben, mit den Bahnhöfen nach dem holländischen Vorbild. Die wir auch schon im anderen Netzwerk benutzt haben. So, ich kriege wieder einmal die Krise. Warum will er da so doof schräg abbiegen? Das ist hässlich. Tut mir leid. Ist jedenfalls meine Meinung. Ich möchte es lieber so haben. Und hier können wir auch drüber gehen. Für später schon mal. Ich würde sagen, das reicht. Müssen wir jetzt hier nur noch diesen Bahnhof anschließen. Ganz fix. Und wir haben natürlich auch den Nahverkehr, um den wir uns kümmern müssen. Das ist nochmal eine ganz andere Nuss, die ich da zu knacken habe. Der Nahverkehr ist natürlich vor allem eine Fleißarbeit. Überall die Linien anzulegen und dann auch ein bisschen zu pflegen. Kann ganz schön Aufwand kosten. Da schauen wir dann mal, wie uns das so gelingt. Zuerst einmal gucke ich jetzt hier noch ganz fix, wo wir hier den Güterbahnhof unterbringen. Und ich würde sagen, wir machen hier in den Bereich, wo jetzt auch schon die Fabriken stehen. Das Arbeitsgebiet eben hier ist im Norden der Stadt. Dementsprechend schnappen wir uns mal einen Bahnhof. Eingleisig sollte reichen. Oder wir machen hier einen Umschlagspunkt. Vielleicht nicht so weit hier im Süden. Machen wir einen Eingleisigen. Aber 240 Meter für den Fall der Fälle. Setzen den daneben. Machen wir vielleicht ein bisschen Abstand. Können sich da noch Häuser bilden. So. Dann kommt hier wieder ein Depot ans Ende. Und der Straßenanschluss. Und wie wir das hier rausführen, das muss ich mir dann noch überlegen. Da werde ich mir schon noch was einfallen lassen. Hier noch schnell die Straßenverbindung wieder herstellen. Da müssen wir natürlich mit den Gleisen noch aufpassen. Aber das kriegen wir auch noch hin. So. Suchen wir mal einen Zug. Ich habe aus Gewohnheit wieder sehr viel im Pausenmodus gebaut. Das können wir eigentlich auch sein lassen. Aber hier ist halt der erste Zug gerade am Weg. Ah, die Linie heißt noch Linie 1. Das ändern wir mal fix. In Intercity Schaffhausen, München. Und nicht wundern, wenn beim Schreiben das Spiel pausiert. Auf der Leertaste habe ich den Pausen-Shortcut gelegt. Und, äh, warum fährst du nicht? Ach so, da. Und, ja, die Leertaste funktioniert dann auch, wenn man in einem Textfeld tippt. Da muss man dann aufpassen mit den Shortcuts. Wenn man da einfach welche selbst definiert. Ja, kann es sein, dass man die dann beim Tippen im Textfeld auslöst. So, also hier haben wir noch einiges frei an Gleisen. Aber wir haben ja einige Städte, die wir anfahren wollen. Unter anderem Stuttgart, Frankfurt, Nürnberg. Und hier, das ist halt eben unsere Regionalbahn. Die wird auch über Nürnberg gehen, würde ich sagen. Es ist die Frage, ob wir Nürnberg dann mit dem Fernzug überhaupt anhalten sollen. Oder direkt durchfahren nach Kassel. Ist auch eine Option. Auf jeden Fall, würde ich sagen, gehen wir jetzt direkt das Thema an, dass wir mal uns von München aus, ja, vielleicht nach Frankfurt eine Schnellzuglinie aufbauen. Und als nächsten Schritt von Frankfurt eine Non-Stop nach Hamburg. Weil ich hier auch in diesem Spielstand so spielen möchte, dass ich nur Städte mit einem Netz ausstatte, die ich schon mit einem meiner anderen bereits ausgestatteten Städte verbinde. Das heißt, es soll alles von Schaffhausen aus verbunden sein, so gesehen. Und jetzt können wir halt von Schaffhausen nach München fahren. Jetzt verbinden wir München mit Frankfurt, Frankfurt mit Hamburg. Und da könnten wir halt Hamburg zum Beispiel mit Bielefeld oder Bremen verbinden. Das nur so kurz zum Plan. Wenn wir jetzt das Thema angehen und nach Frankfurt uns durchbauen, würde ich sagen, schieben wir das auch in die nächste Folge. Wir sind nämlich wieder bei ungefähr 20 Minuten angekommen. Und dementsprechend ist es vielleicht gar nicht schlecht. Wenn wir halt jetzt aufhören, haben wir ganz viel Zeit und Ruhe für die Neubaustrecke. Also sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal.